Die Rettungsgasse, weil jede Minute zählt. Werden Sie zum Lebensretter, denn bei einem Unfall zählt jede Minute. Machen Sie daher schon bei stockendem Verkehr Platz für einen möglichen Einsatz der Rettungskräfte. Das gilt für Autos genauso wie für Motorräder, LKWs und Busse. So kommen Einsatzkräfte ungehindert und auf dem schnellsten Weg zu den Unfallopfern. Bei zweispurigen Autobahnen und Schnellstraßen fahren Sie auf der linken Spur so weit wie möglich nach links. Auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts. Achten Sie dabei auf genügend Sicherheitsabstand und halten Sie, wenn möglich, den Pannenstreifen frei. Bei drei- oder vierspurigen Fahrbahnen gilt dasselbe Prinzip. Fahren Sie auf der äußersten linken Spur so weit wie möglich nach links. Auf allen anderen Spuren so weit wie möglich nach rechts. Beachten Sie auch hier den Sicherheitsabstand und halten Sie, wenn möglich, den Pannenstreifen frei. Hier unser Tipp. Als kleine Gedankenstütze können Sie auf die rechte Handregel zurückgreifen. Der Daumen Ihrer rechten Hand stellt die linke Spur dar. Die Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger bildet die Rettungsgasse und alle anderen Finger symbolisieren die weiteren Spuren. Denken Sie daran, bei Staubildung sofort Rettungsgasse bilden. Die Rettungsgasse kann Leben retten. Vielleicht auch Ihres. Die Aktion Rettungsgasse, weil jede Minute zählt, wird Ihnen präsentiert von Amenico, Deinen Erklärexperten.